Hallo, ich bin die Susanne Neff und heute wollte ich euch mal sagen, warum ich so begeistert bin von den Produkten von der Jelena Bauer von Gesund Genießen. Und zwar, weil die ganzen Produkte einfach aus Wildsammlung sind, aus Serbien, die sind biologisch. Es gibt Produkte, die es sonst nirgends gibt und es ist alles ohne Zusatzstoffe und wirklich mit Liebe gemacht und ohne Zucker auch. Und das ist für mich einfach so viel wert, die Qualität habe ich eigentlich nicht mehr irgendwo gesehen. Nachdem ich früher halt bei meiner Oma in meinem Garten die Sachen frisch gegessen habe, da war das die Qualität. Aber danach habe ich das eigentlich nirgends mehr gesehen, weil selbst in Bioläden ist es für mich so, dass oft zu viel Zucker in den Marmeladen ist oder zu viele Konservierungsstoffe und so weiter. Und ja, dass man eben auch riesen Unterschiede schmeckt zwischen Bio und Bio. Und von dem Apfelessig mache ich es zum Beispiel so, dass ich früh immer ein bisschen einen Schluck trinke und das ist halt auch voll gut für die Muskulatur. Von diesem Maros, das ist eine alte serbische Spezialität mit Sesam, Brennnesselsamen, dann sind Walnüsse drin und Akazienhonig. Da tue ich einfach früh immer ein bisschen ein warmes Wasser, das ist voll gut für die Leber. Dann die Sauerkirschen, die kann man blank essen oder wenn man zum Beispiel einen Grießbrei oder sowas macht. Dann da ist zum Beispiel wilder Hagebuttenmus, also die meisten Sachen esse ich auch blank, weil sie einfach so gut schmecken. Und genau, das kann man auch, also ich mache das neue veganen Joghurt, wie aus Kokosnuss oder Cashew oder Soja. Aber ja, dann das Eiwarr, das ist richtig gut. Dafür nimmt sie eineinhalb Kilo, glaube ich, an Paprikas. Also da sind keine Zusatzstoffe oder so ansonsten weiter drin. Und das esse ich immer zu gedünsteten Gemüse. Und der Weisternmus, der wird vielen ein bisschen zu bitter oder so sein, weil da halt fast gar nichts drin ist. Aber der ist halt super gut fürs Herz, also Weistern insgesamt. Und ja, also ich liebe ihre Produkte, sie hat noch so viel mehr Walnüsse und Sauerkirschsaft und Aroniasaft und Himbeersaft. Und ja, ihr könnt es euch im Internet einfach bestellen und das ist gesund genießen. Und ich kann auch die Adresse nochmal in die Infobox schreiben. Ich war auf jeden Fall voll begeistert für ihre Produkte und bin voll begeistert. Ich kann sie nur empfehlen und sowas muss meiner Meinung nach unterstützt werden, wenn jemand so eine Qualität von Lebensmitteln herstellt in der heutigen Zeit. Und das ist einfach nur ein kleiner Familienbetrieb. in Serbien und sie verkauft es eben hier in Deutschland. Ciao!